Guck morgen Jungs und andere komische schwarze Flecken auf meiner Haut, die lustig jucken. Ich bin leider krank geworden. Aber keine Sorge, ich gehe und lasse mich behandeln. In der P. Mein echte Mensch macht mir Angst. Genießt das Video und vergisst nicht immer Gurke zu kommentieren, ja? Kurz auf die Gurke. Hi. Hi. Also Jungs, meine Augen alle schmerzt. Ich bin krank geworden leider. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Ich glaube nicht. Oh, so. Habe ich mir überlegt, nutze ich diese Krankheit und ich werde heute Leute voll jammern. Prost Jungs, das ist Tee. Spass, das ist Jäger-Meister. Lass mich mal spielen mit meiner Henry-Gurke. Ah ja. Melde kann man auch nicht holen. Quitt. Scheißdreck, Alter, ich mag das nicht. Dann ist es doch nicht Modern-Beer, es braucht so lange. Zehn Minuten warte ich nicht. Go-Fast-City war ich ewig lang eigentlich nicht mehr. Cheers, Family. Luku. Äh, äh, äh. Was ist mit Sonnenaufgang? Wenn Sonnenuntergang ist, wo ist Sonnenaufgang? Bitte sag, wie ich lebe, bitte sag, wie ich lebe. Ah ja. Oh, 36 Sekunden noch. Okay, dann schau ich mal, wenn ich hier schon gleich bin. Oh, das ist ja scheiße. Das ist ja Arsch. Garage, null Autos. Ich habe ein absolut tolles Leben gerade. Mal schauen, vielleicht finde ich beim Würfelpark was. Da hätten es ein Auto, mitten auf der Straße und da ist schon wieder der nächste Crash. God damn it. Was ist denn loser Wagen? Wie geil. Er hat das Spiel verlassen? Grund, Server, klein. Ah, okay, schade. Ich dachte, er wird gebannt. Du bist fan? Hallo? Ich wollte euch fragen, wisst ihr, wo das MD ist? Ich fühle mich nicht so dolle. Also wirklich, ich habe so Halsschmerzen. Als hätte ich wirklich einen massiven F*** gedrotet. Weißt du? Warte, warte, warte. Kannst du mir ganz kurz sagen, wo das MD ist? Warte, warte, warte. Guck mal, da hinter die. Ha, guck. Sie sind gekommen. Also sind das, sind das welche? Könnt ihr mich kurz da hinbringen? Ich fühle mich so schlecht. Trag mich einfach, bitte. Bitte, trag mich da hin. Du bist so arschelangsam und nutzlos. Harte ne Fressen. Selbst wenn ich krank bin, kann ich einfach trotzdem besser reden als du. Wenn du nicht krank bist, du dummes Stück Scheiße. Ich wünsche dir aber... Ey. Oha, das ist ein Modder. Das ist ein Modder. Okay. Tja, das war ja auch mein Ding, ey. Tja, man hat es probiert, man hat es versucht. Ich glaube, ich muss auf einen Gefangenerrenz-Server gehen. Ich könnte zu Supremus City und dort auf deren, wo die am liebsten chillen gehen. Bange. Scheiße. Digga, seht ihr an, auf welchen Drip ich einfach momentan rocke? Das ist der absolute Krankheits-Drip. Es ist braun. Ich trage braun. Braun. Digga, einfach Weihnachten hier schon. Ich sollte mich mal dafür auch anders ankleiden, ne? Wenn ich so ein Santa-Kostüm da rumwolle aufwäge, dann war ich ja Santa, Digga. Seht ihr das? Der lange Abend des Gesetzes. Santa lebt. Santa war nie tot. Santa ist tot. Warte ich das jetzt? 20 Minuten, ne? Ich meine, vielleicht nimmt ihr ein MediGun. Das sind 5 online. Ich gebe dir jetzt so 3 Minuten. Well, das waren die 3 Minuten, würde ich sagen, ne? War ja geil. Das war ne absolute Erfahrung, muss ich sagen. Ich bin absolut glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Yallah. Gehen wir auf die Leid. Can you remember the game? Okay. Okay. Anscheinend random hier einfach mitten in der Gegend habe ich mich ausgelocht. Interessant. Stimmt, die Taschenlappe ging ja nicht. Und ich berechte, diese Waffe zu nutzen. Oh, da hätten sie Menschen. Hallo? Ich fühle mich nicht so gut. Kannst du mich eventuell ins MD fahren? Da mein MP-Dealer. Ich bin... Warte, warte, warte. Kann ich dich noch wenigstens was anderes fragen? Ich kann es kurz ins MD fahren. Dankeschön. Ich fühle mich aber nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Halsschmerzen und so alles. Und Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, kennen Sie sich da eventuell ein bisschen aus? Habe ich eventuell eine Krankheit? Okay. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay, ich hoffe, hier ist jemand. Hallo? Was sind sie denn? Sind sie MP-Dealer? Möchten Sie einsteigen und müssen einen Rundturm machen durch die Stadt? Äh, nein, danke. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich habe ein bisschen... Ich hoffe, die sehen schon komisch aus. Wer ist das jetzt da drin? Warum bist du jetzt so frech? Ich darf schon. Warum hast du ein Medic-Auto geklaut? Weil ich am Dealer bin. Warum macht dieser Clown das Maul so auf? Pust da gleich rein, wenn er weiter so redet. Können Sie mich jetzt irgendwo anders hinfahren? Ich höre sie nicht. Also ich fühle mich momentan irgendwie nicht so dolle, wissen Sie? Ich war eigentlich in der MCD und habe dann auch einen Doktor gesucht, aber gerade eben ist da irgendwie kein Schwanz da. Es würden die ihren Job nicht machen oder so eine Scheiße. Ich bin der Einzige gerade hier, der hier die ganze Zeit rumfällt. Ach so, ja, okay. Also ich habe halt so Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Ich habe ein bisschen so Schwindelgefühl, so, weißt du. Können Sie mir sagen, ob das Syphilis ist? Ja, das kann sein, dass so eine Infektion ist. Ich möchte es auch jetzt nicht unbedingt so laut sagen, aber wir sind ja hier allein. Ich habe auch starken Durchfall, wenn Sie wissen. Ja, ja, verstehe, verstehe. Wirklich, die Toilettenschüssel war komplett zugebraut. Ich bringe mal eben rein, dann hole ich die Medikamente mal raus und dann gebe ich ihnen die. Alles klar, dann komme ich mit. Könnten Sie mich eventuell tragen? Ich weiß nicht, ob ich das so länger durchhalte. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein paar Medikamente auch von einem anderen Doktor schon mal genommen. Die haben aber anscheinend nicht so dolle gewirkt und haben mir Halluzinationen gegeben. So, was soll ich denn die zweite gehen? Ah, Dankeschön. Ach, warte, mir geht sowieso gerade eben ganz schlecht. Ein Moment. So lange hole ich die Toilettenschüssel. Alles gut, ich mache auch zehnmal Ding. Oh Gott. Komm, geh auf, dreh dich ein bisschen. Oh Gott, es ist flüssig. Doktor, kommen Sie nicht rein. Sorry, sorry. Okay, kommen Sie rein. Okay, es tut weh, es krampft. Okay, ich glaube, es ist vorbei. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen was übrig gelassen habe. Stinkt zu sehr, es tut mir leid. Es gab kein Duftsprüher. Ja, dann kommen Sie mal hier mal hin. Mir geht es absolut scheiße. Bitte die ganzen Klamotten ausziehen. Doktor, jetzt wird es aber langsam ein bisschen intim. Das ist sehr wichtig. Hut und die Schuhe auch. Oh Gott, wollen Sie mich an den Füßen betatschen? Ja, ich bin krank. Ich würde mich sowieso nicht daran erinnern. Sir, Sir, lachen Sie mich bitte nicht aus. Ich bin krank. Doktor, es ist, es wird schlimmer. Ich habe Bauchschmerzen. Ja, das ist mir egal. Ich muss es jeweils haben. Diese schwarzen Flecken links. Ja, das sieht doch wie so ein Kackkauf. Aber ja, alles gut. Ist es Syphilis? Oh nein, es ist Syphilis, oder? Doktor, verlassen Sie mich jetzt? Nee, ich kann wieder anziehen und bitte mal kommen. Ich zeige Ihnen mal was. Okay, er zeigt mir jetzt den richtigen Hasen. Okay, warte, die Hose lasse ich aus. Okay, Sie können mich nehmen. Muss ich mich da runterknien? Nee, 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 nee. Da siehst du ja deine Brüste. Ja, ja, ich sehe das. Da ist also ein kleiner schwarzer Punkt. Oh nein. Oh nein! Das ist eine kleine Infektion. Könnt ihr eventuell auch schlimmer sein? Syphilis? Doktor, können Sie was dagegen tun? Ja, natürlich. Dafür bin ich doch da. Ich habe Medikamenten wie eine Eins hier. Medikamente verzichte ich, ehrlich gesagt. Haben Sie? Ja, aber ich bin auch mal die Hose erst mal auszuziehen, ne? Ach so, ja gut. Ich dachte, jetzt geht es in den Raum. Nee, nee, nee. Okay, okay. Da geht es immer noch scheiße. Kann ich mitkommen? Nee. Alles klar. Es ist keine Zeit, einen Kaffee zu machen. Ich habe so vieles. Du, wollen Sie mich fragen? Ich habe gar nichts daraus hier. Ach so, tut mir leid. Tut mir leid. Ich musste einfach schauen, wie das einmal aussieht. Es ist eine starke Medikamente. Habe ich Ihnen schon von dem Doktor erzählt, der mir diesen Pfeifen in den Mund gehalten hat und darunter so ein Feuer gemacht hat und gesagt hat, das ist geile Medizin. Das sind richtige Billen. Die sind normalerweise illegal, aber da du keine andere Billen hilfst. Wird das auch gegen die Darmbeschwerden etwas tun? Ja, ja, das wird durch deinen ganzen Körper mal durchfließen und da einmal reinlegen. Warten Sie! Ja, jetzt nicht hier jetzt. Ich glaube, ich glaube, es kommt. Ey, nein. Nein, bitte nicht. Ich glaube, es kommt. Schauf jetzt. Gehen Sie bitte schnell in die Toilette. Ich hätte wissen sollen, ich hätte die Hose ausziehen müssen. Doch, klar, ich kann es nicht aufhalten. Oh, warte, das war noch nicht alles. Okay, das war es. Ja, so, ich gebe Ihnen jetzt eigentlich immer die Pillen hier einfach mal und dann sind Sie da rumgekehrt. Das sieht genauso aus wie die Pillen, die mir der andere Doktor gegeben hat. Dankeschön. Nee, nee, die andere hier sind anders. Hier sind viel stärker. Alles klar. Ich habe, glaube ich, einen auf den Boden geschmissen. Oh, warte, ich habe es gefunden. Ja, war gut. Doktor, es fühlt sich komisch an. Doktor, warum reden Sie nicht mehr? Alles wird plötzlich so eng. Ja, da sind die Nachwirkungen. Da habe ich doch mal gesagt, da sind die Nachwirkungen, die hier sind. Warum reden Sie so komisch? Ihre Füße sprechen mit mir. Doktor, Doktor, es wird alles ganz schwummrig. Das gehört ja mit dazu. Umarmen Sie mich. Nee, danke. Umarmen Sie mich. Nee, nee, danke. Kommen Sie her. Weil ich ja nichts mehr tun kann, dann würde ich Sie bitte jetzt, die Tüte zu verlassen. Was, Sie kümmern sich nicht um Ihren Patienten, bis es Ihnen wieder besser geht? Ja, Sie geht doch wieder besser. Sie können doch wieder gerade auslaufen. Ich glaube, ich muss einfach kurz nochmal hierbleiben. Nein, einen Moment. Er hat es zugesperrt. Er hat es zugesperrt. Oh, Mann. Alter, Fier. Ich glaube, das Beste, worauf ich jetzt gehen kann, ist Dunja. Kein Bock auf die Scheiße, ganz sicher nicht. Alter, der ist nicht so aus. Die Krankheitsgurke. Oh, ich vergaß. MD anrufen. Mal nicht das PD. Als Abwechslung. Oh, ist nicht erreichbar. Wow. Oh Gott, die Anrufliste ist ganz schön geprägt von 911. YouTube? Okay, lassen wir hier sehen. Oh mein Gott, du kannst hier halt wortwörtlich YouTube schauen. Oh Gott. Deine Troll-Protection wurde deaktiviert. Ich bin traurig. Ich renne hier hauptsächlich nur rum und hier ist nichts. Dass hier nirgendwo eine scheiß Schrottkarte ist oder irgendeine Person. Ich glaube, ich bin mal weit genug gerannt heute. Ach, Goddammit, ist das frustrierend manchmal, ey. Ich glaube, ich gehe mal Origin V. Ich habe hier ein Bein auf dem Tisch, Digga. Aber cringe, wenn man das auf episch so krank aufbauen möchte. Auf Ernst. Guck dir das an. Nein. So, Vorname. Henry. Okay. So, Haare. Gib ihn mir. Ich weiß, ihr habt ein Standardscript. Gib ihn mir. Ich habe einen lila Fleck auf dem Rücken. Das da. Guck es dir an. Fitted perfect. Okay. Gottmüller jetzt nur den holen, anscheinend. Sollte Chat ist nicht verbunden. Scheiße. Ah, warte, jetzt muss ich nochmal reconnecten. Arsch, Arsch. Ja, komm, lacht mich rein. Ey, nein, oder? Kann ich mir noch einen mieten hier? Ja, okay, jetzt habe ich diesmal die Ballister bekommen. Ich wünsche mir das andere Auto zurück. Es war klein, fein und faltrig. Oh, Gott. Ein bisschen leicht verfahren. Oh, nein, alles gut. Das muss so. Sehen wir, dass wir hier wieder das Gelbe angezeigt haben. Was ist das? Kann ich da rein? Was ist das? Hä? Um die Zone Davids anzugreifen? Okay, ich habe es jetzt angegriffen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Okay, scheiß drauf. Ich habe die jetzt angegriffen, verpiss mich wieder. Ich sehe hier absolut niemanden, Alter. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Beim Schnorcheln. Was ist das? Gang war Football Park, Digga. Leck mich am Arsch. Ich fahre mal zum PD, das ist das Nächste. Das verschwinde ich nicht, Auto. Da ist ja keiner. Gott damn it. Allerdings ist mein Auto nicht verschwunden. Du bist mein Lebensretter. Du bedeutest mir alles, meine Ballister. Ja? Ah, hallo. Warum lachen sie jetzt so? Wie geht es Ihnen? Was stimmt mit deinem Gurt nicht? Was hast du getan? Junge, Junge, mir geht es doch schon nicht so gut. Wie kannst du mich einfach tasern? Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Halt dein scheiß Lügenmaul. Ist das Auto zu? Äh, ist das Auto zu, als ob ich bei euch einsteigen würde, Digga. Ich bin krank und ich kann niemals so gut fahren wie ich. Willst du ein Rennen? Ne, leck meine Eier, Digga. Meine Ballister würde ich sowieso abziehen. Oh, ja, das fand ich lustig hier. Du, mein Wichser, ich könnte froh sein, dass ich noch keine Waffe hier habe. Ihr Schwänze, Digga. Wage es noch einmal, mich anzufassen mit deinen hässlichen Tails. Ah, ja, ja, triffst du jetzt nicht. Ja, findest du dich lustig jetzt, ne? Findest du dich lustig, einen kranken Mann zu hänseln, ne? Na, was haben Sie denn für Probleme? Ach, scheiße. Halt mal dein Maul, Digga. Du klingst wie ein 1,80 Tyrese, Digga. Also, ich bin tatsächlich 1,80, aber ich bin Tyrese. Mein Gott, sind Sie absolut scheiße, Frau Lady, ey. Ich hasse sie, ey. Voll Lady, ja. Ja, keine Ahnung, wie sie heißen. Ah, äh, äh. Entschuldigung, heute bald, können Sie bitte damit aufhören? Das bricht das echt geil. Ja, nee, halt dein scheiß Maul. Drecksfrau, Digga. Äh, äh, äh. Geht den ganzen Teil. Hey, sag ich, bist du freundlich und bist am Anfang bei der Sch... Ich bin krank, okay, nimm's mir bitte nicht übel. Mein Gehirn ist nicht auf 100% Leistung. Entschuldigung. Was ist das? Ja, ich fühl mich momentan nicht so gut. Könnten Sie mir so zeigen, so, wo das MD ist? Ich hab einfach überall Schmerzen, wissen Sie. Kannst du mal hinne machen? Warten Sie kurz. Dankeschön. Warten Sie. Oh, scheiße, scheiße. Hey, geht's Ihnen gut? Ich hab Ihnen das markiert, ne, viel Spaß macht. Warte, können Sie das nochmal machen? Ist bei mir nicht im GPS drin. Ich geh mir kurz, warten Sie kurz, ich geh mir kurz aufholen. Der will dann nicht im Hinterfrau, oder? Er fällt durch den Boden, aha, okay, ja, ja, er wechselt zwischen den Autos, okay, alles klar. Man macht krankere Dinge als ich. Wie scheiße ewig braucht der, ich beschwere mich jetzt. Hallo? Oh mein Gott, stopp, bro, I'm stuck. Oh nein, ich stecke fest. Können Sie eventuell ein bisschen schneller hinne machen, du witzelst, das geht's irgendwie nicht so gut. Ich stecke gar fest, ich kann grad nicht los. Können Sie mal actually hinne machen. Ich stecke fest. Such keine Ausreden, du ***, das bringt mich endlich zu meinem Team, mir geht's nicht so gut. Da kann man nur so unglaublich respektlos sein. Da kalt's wohl, ich steck fest, du Gött. Wie hast du mich grad eben genannt? Was ist richtig? Nein, ich hab gar nichts gehört, literally, ich bin krank, Sir. Ich meinte jetzt wirklich, ich bin so böse, und, okay. Mein Gott, die haben alle so ein dünnes Fell. Kleine Pussy. Goddamit. Du dummer Hund. Ach, okay. Ich glaub, das war mit 18 Spielern, da war's nicht gewesen. Ich glaub, das war eine Fehlerentscheidung, eine leichte, eine kleine. Alright. Wenn euch diese Episode trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin eure Henry Gurkett, wünsch mir gute Besserung. Und ansonsten, ne, man sieht sich. Ich bin die Gurkett.